Schämst du dich nicht? So einfach durch die Stadt frei rumzulaufen mit deiner Freundin? Es ist doch eindeutig, dass du dem dann nicht mehr magst. Warum lässt du dich einfach nicht scheiden, Mann? Da kann sie glücklich weiterleben. Es geht dich nichts an, was ich tue. Wie kannst du damit so eine Schlampe erniedrigen? Was hast du gesagt? Wo ist er? Let's not yet! Let's not yet! Da geht's!